Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittelstand hautnah. Und heute möchte ich mit Ihnen Erfolgsgeschichten erzählen, und zwar digitale Erfolgsgeschichten. Und da habe ich wie immer jemanden eingeladen, der da Expertise hat, und zwar aus der Praxis. Ich freue mich, von der Tresmo GmbH den Bernd Behler begrüßen zu können. Guten Tag, Herr Behler. Guten Tag, Herr Rahm. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Ich habe, ja, vielleicht gebe ich Ihnen erstmal kurz das Wort, dass Sie ganz kurz erzählen, wer Sie sind, was Sie machen, und vor allem, was Sie als Unternehmen machen. Ja, mein Name ist Bernd Behler. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Tresmo. Und bei Tresmo helfen wir, Unternehmen die Digitalisierung zu meistern und vor allem mit dem Themenschwerpunkt IoT, Internet der Dinge. Und da haben wir die letzten zehn Jahre schon einige spannende Projekte gemacht und würde heute ganz gerne mit Ihnen einfach ein bisschen drüber reden, was wir da alle schon gemacht haben in diesen Projekten. Auch Erkenntnisse und Learnings, die wir aus diesen Projekten hatten. Und vor allem auch mal drüber sprechen, wie geht man denn so ein Thema überhaupt an, Internet der Dinge. Was ist denn überhaupt Internet der Dinge? Müssen wir vielleicht auch nochmal kurz drüber reden. Was bedeutet das eigentlich? Weil es ist ja auch oft mal so ein schwammiger Begriff, Internet der Dinge. Viele sagen da im Predictive Maintenance, das ist doch Internet der Dinge. Aber ich glaube, da steckt wesentlich mehr dahinter. Und darüber würde ich ganz gerne heute mit Ihnen sprechen. Ja, wunderbar. Da freue ich mich. Ich habe gerade eine Statistik gelesen, dass 57 Prozent der deutschen Unternehmen ernsthafte Probleme für ihr Geschäft erwarten durch den Rückstand in der Digitalisierung. Und das ist sicherlich eine viel größere Dunkelziffer. Das wäre so eine Frage für mich. Sehen Sie das auch, dass dieser Rückstand einfach da ist und nicht angegangen wird? Oder wo sind die Probleme der mittelständischen Unternehmen? Also es überrascht mich eigentlich, dass schon 57 Prozent das erkannt haben. Ich hätte fast gedacht, es sind weniger, die das erkannt haben. Aber ich glaube, die Pandemie hilft da vielleicht auch ein bisschen, die Wichtigkeit der Digitalisierung zu erkennen. Und natürlich haben wir momentan auch einen enormen Fachkräftemangel in Deutschland. Also wenn es darum geht, Digitalisierung anzuschieben, dann ist oftmals auch ein Thema, wie mache ich es denn eigentlich? Wo kommt denn eigentlich die Expertise her, damit ich überhaupt Digitalisierung angehen kann? Und das ist sicherlich ein zentrales Thema, warum es da ein bisschen stockt. Auf der anderen Seite ist auch oftmals die Frage, wie fange ich denn eigentlich an, so eine Digitalisierung? Und was bedeutet es eigentlich, Digitalisierung, für mich und meine Unternehmen, wenn ich jetzt ein Mittelständler bin? Und ich bin vielleicht im produzierenden Gewerbe, stelle Geräte her oder Maschinen. Was bedeutet dann eigentlich Digitalisierung und Internet der Dinge für mich? Geht es da drum, das Faxgerät zu ersetzen und zu sagen, ich arbeite jetzt mit E-Mail? Oder kann ich da eigentlich noch viel, viel spannendere Sachen machen? Und ich glaube, ja, da kann man noch viel, viel spannendere Sachen machen. Nämlich, also großes Schlagwort ist ja, smarte Produkte machen. Und das ist ein großer Schritt vom physischen, sage ich mal, dummen Produkt hin zu einem smarten Produkt. Aber das ist ein Schritt, der sich lohnt und den viele, glaube ich, gerade beginnen zu verstehen, was, oder ich sage mal, anfangen zu verstehen, was könnte ich denn eigentlich machen, wenn mein Produkt plötzlich smart wäre? Und wenn man da anfängt, darüber nachzudenken, dann tritt man meistens eine Kette in Gang, weil da ganz viele Folgeschritte dann eigentlich kommen. Und im Endeffekt geht es bei Internet der Dinge um den Unterschied ja auch zwischen Offline und Online. Also Internet, ich weiß nicht, vom Alter her bin ich ja noch im Alter, wo ich noch in der Offline-Welt groß geworden bin. Da hat es Computer gegeben, die haben Disketten gehabt, die man von A nach B getragen hat. Lochkarten habe ich nicht mehr erlebt, aber Disketten. Und ich habe das ja hautnah mitbekommen, wie das dann war, als das langsam losging mit Vernetzung und Online zu werden. Und was sich da in den letzten Jahren getan hat, allein an Möglichkeiten, ist schon unglaublich. Wenn ich mir mein Essen bestelle, dann wird alles digital abgebucht. Ich kann online kommunizieren, auf unterschiedlichsten Wegen Videokonferenzen machen, muss nicht mehr so viel verreisen wie früher. Und genau diesen Schritt von Offline zu Online, den muss man sich mal aus Unternehmensperspektive stellen. Wenn ich mir denke, ich bin das Unternehmen und ich stelle jetzt diese Produkte her. Die Produkte, sobald ich die verschicke oder sobald ich die verkaufe, sind die eigentlich offline. Weil ich habe ja keinen Draht mehr zu diesen Produkten. Und meine Kunden, die sind meistens auch noch offline, weil ich bin nicht verbunden, bin nicht vernetzt mit meinen Kunden. Und darum geht es eigentlich beim Internet der Dinge zu sagen, das, was offline ist, das bringe ich jetzt online, weil dadurch entstehen ganz, ganz tolle neue Möglichkeiten. Also sprich, ich vernetze meine Produkte, die ich produziere, mit mir und meinem Unternehmen, sodass ich Daten austauschen kann und tolle Dinge tun kann. Und ich vernetze meine Kunden mit mir und meinem Unternehmen über eine App zum Beispiel. Und dann habe ich auch plötzlich die Basis geschaffen für ganz, ganz neue Dienste, die ich machen kann. Und da sind wir eigentlich schon beim ersten Schritt, um den es bei Internet der Dinge geht. Erstmal eine Vernetzung herstellen, weil das ist die Basis. Früher war es die Internetleitung. Man muss erstmal dafür sorgen, überhaupt die Basis zu haben, die Infrastruktur, um da drauf dann tolle Dinge zu machen. Also das vielleicht auch mal so, auch nochmal einhaken. Ich möchte ganz klar formulieren, dass ein Internet der Dinge bedeutet eben nicht, einen Kommunikationsweg nur zum Kunden aufzubauen, um irgendwie eine Unternehmensbotschaft zu verbreiten oder ein Newsletter zu verschicken oder ein Werbemedling zu verschicken, sondern tatsächlich, dass ja ein echter Austausch auch stattfindet, und letztendlich die Produkte auch für den Kunden, sag ich mal, effizient so zu gesteigern, dass die Wirkung tatsächlich noch vervielfacht werden kann. Jetzt sind sie da ja auch ganz breit aufgestellt. Also wenn ich mal so in die Referenzliste auf ihrer Webseite schaue, dann lese ich was von einem Küchengerät eines Staubsaugerherstellers bis hin zu einer Roboterfirma aus ihrer Nähe. Und selbst das Stichwort digitales Impfen taucht da aus. Internet der Dinge ist nicht nur etwas für Konsumgute. Das wird, glaube ich, auch häufig so missverstanden. Sondern im Grunde gibt es einen Bereich, wo es keine smarten Produkte geben kann? Aus meiner Sicht nicht. Also letztendlich kann man so sehr, sehr viel digitalisieren. Natürlich ist es einfacher, wenn es schon Produkte sind, die elektrisch in irgendeiner Form sind. Und jetzt nicht ein Stein zum Beispiel ist relativ schwer zu digitalisieren. Klar kann ich da Sensoren dran packen. Aber man fängt natürlich mit den Dingen an, die schon elektrisch sind, die vielleicht schon eine Steuerung dran haben, wenn wir jetzt mal im Business-to-Business-Umfeld bleiben. Maschinen, die oder eine Regelung dran haben, an die ich mich ganz, ganz einfach andocken kann. Und die bisher einfach offline waren und die jetzt online genommen werden können. Und vielleicht ein Beispiel, das sich jeder vorstellen kann, sind immer Heizungen. Also jeder hat eine Heizung bei sich zu Hause. Und in der Vergangenheit waren die einfach offline. Und da ist einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ist da der Heizungsfachmann vorbeigekommen und hat von Sommer auf Winterzeit umgestellt. Und in der Früh habe ich vielleicht mal gemerkt, ups, jetzt kommt nur noch kaltes Wasser aus der Dusche. Und da kann irgendwas nicht stimmen mit der Heizung. Und ab dem Moment, ab dem die Heizung online ist, geht das natürlich alles vollautomatisch. Da muss niemand mehr kommen, der extra im Keller umstellt. Und da kann ich auch selber meine Heizung überprüfen, kann die aus der Ferne auch steuern, diese Heizung. Und kann sogar so Sachen machen wie Energie sparen, wo ich sage, wenn ich nicht zu Hause bin, dann fährt die Heizung einfach runter. Und wenn ich wieder nach Hause komme oder meine Familie wieder nach Hause kommt, dann fährt die automatisch hoch, sodass ich auch noch Energie sparen kann. Und wir haben in einem Kundenprojekt auch einmal den Fall gehabt, da hatten wir die Statistik, da haben die festgestellt, sie fahren im Schnitt 1,7 Mal zum Kunden, wenn irgendwas ist mit der Heizung. Das erste Mal fahren sie hin, um zu schauen, was ist denn eigentlich? Dann stellen sie fest, ups, Ersatzteil habe ich nicht. Dann fahren sie wieder nach Hause, bestellen das Ersatzteil und dann kommen sie nochmal und bauen das Ersatzteil ein. Und sobald die Heizung online ist, weiß ich ja genau, was es für eine Heizung ist. Und ich weiß auch im Idealfall, welches Teil ist denn eigentlich kaputt von der Heizung. Und so kann ich natürlich allein meine Kundendienstfahrten stark reduzieren und muss halt nur noch einmal hinfahren, was am Ende des Tages alle freut, weil die Anfahrt muss ja auch bezahlt werden. Und natürlich muss man nicht extra gucken, was ist für ein Ersatzteil notwendig. Das weiß ich halt automatisch. Und da ist auch dann gleich eine Einbauanleitung mit dabei, sodass auch der Handwerker weiß, wie ist es denn einzubauen. Und diese ganzen Themen sind eigentlich auf alle Geräte übertragbar. Also sobald ich ein Gerät habe als Hersteller und verkauft es, dann geht es ja eigentlich schon los. Wie läuft es eigentlich mit dem Service ab? Also ist es so, dass ich da einfach mal vorbeischau einmal im Jahr und gucke, ob das Gerät warte? Oder kann ich das wirklich als Dienst anbieten, dass ich sage, ich manage dir dein Gerät automatisch? Und das ist ein Thema, das auch sehr, sehr viele unserer Kunden natürlich im Kopf haben, die sagen, ich möchte eigentlich in Zukunft viel, viel mehr diese As-a-Service-Geschäftsmodelle fahren. Also mal auf die Heizung übertragen. Wer will denn eigentlich eine Heizung kaufen? Kein Mensch will eigentlich ein physisches Gerät zu Hause haben, sondern am Ende des Tages will ich es halt schön warm haben. Aber mir als Benutzer ist es eigentlich völlig egal, was für ein Heizungstyp das ist oder wie die eingestellt werden muss, sondern ich möchte es als Dienst haben. Ich möchte eigentlich jemanden bezahlen, der mir sagt, ich zahle dir flat im Monat so und so viel Euro und dafür ist es schön warm. Und wenn das Ding kaputt ist, dann kommt bitte jemand und tauscht mir das Gerät aus. Und vielmehr möchte ich mich eigentlich gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Also es geht eigentlich mehr darum, smarte Anwendungslösungen zu finden für Kunden, statt letztendlich physische Produkte zu verkaufen. Man kennt das ja so früher, keiner will ein Loch in der Wand haben. Der Kunde will keine Bohrmaschinen, der will ein Loch in der Wand haben. Ich sage nur noch, der will ein Loch in der Wand haben, der will ein Bild aufhängen oder dergleichen, weil der will ein Loch in der Wand haben. Also eigentlich weiterzudenken, was möchte der Kunde eigentlich tatsächlich, welchen Nutzen oder welche Wirkung hat meine Dienstleistung für meine Kunden? Genau. Also letztendlich sind oftmals Geräte und Maschinen nur Werkzeuge, die mir helfen, irgendwas zu erreichen. Und ich will eigentlich genau das Endergebnis eigentlich haben und dafür bezahlen. Und ich will keine Maschine, die ich selber irgendwie warten muss, um die ich mich kümmern muss. Bedeutet doch konkret für Unternehmen, die zusammenarbeiten, zu überlegen, was ist eigentlich die Wirkung meines Produktes heute und wie kann ich das smart gestalten? Ja, definitiv. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Change oder Wechsel, der in so einem Unternehmen stattfinden muss. Weil bislang war die Geschichte ja eigentlich zu Ende, sobald das Gerät verkauft war. Also letztendlich war es hergestellt, produziert, verkauft und dann war es weg und man wusste vielleicht auch gar nicht mehr, wo ist es denn hin oder ist es überhaupt schon in Benutzung oder was passiert mit dem Gerät überhaupt. Und sobald das Gerät smart ist, geht es eigentlich erst richtig los, sobald es das Lager verlässt. Weil dann kommen die interessanten Learnings raus und dann beginnt eigentlich der Fokus auf den Kunden. Und das ist eigentlich ein großer Wechsel auch zu sagen, ich verändere mich als Unternehmen von einem produktzentrischen Weltbild hin zu einem kundenorientierten Weltbild, wo ich eigentlich meinen Kunden ins Zentrum aller Überlegungen stelle und vor allem einen direkten Kanal zum Kunden habe und sofort mitbekommen, wie interagiert er mit meinem Gerät, was braucht er. Der hat vielleicht eine App, wo er direkt mit mir Kontakt aufnehmen kann, wo ich ihm Hilfestellung geben kann, kontextabhängig vom Zustand des Geräts, ihm sagen kann, ich würde empfehlen, jetzt dies und das zu tun, über das der Kunde vielleicht auch Nachbestellungen machen kann und nicht raussuchen muss, ja, welche Tonerkassette passt denn jetzt in den Drucker rein, sondern letztendlich weiß ich ja schon, was er für einen Drucker hat und ich kenne die Tonerstände und ich kann ihm auch schon das richtige Modell anbieten. Also diese ganzen Themen, am Ende des Tages geht es darum, die Kunden zu Fans zu machen, indem ich ihnen viel, viel Arbeit abnehme. Und häufig haben eben Mittelständler, vor allem Produzierende Gewerbe, häufig ihr physisches Produkt im Zentrum allen Handelns. Und das ist teilweise auch ein hartes Umdenken, das dann notwendig ist, in den ganzen Firmenstrukturen auch zu sagen, ich stelle jetzt gnadenlos den Kunden in den Mittelpunkt und ich fange auch an, von dem zu lernen. Das ist häufig auch so ein Thema, man will dann, man betrachtet auch dieses Internet-Dinge oder diese Digitalisierung als einmaliges Unterfangen, wo ich sage, da muss ich jetzt einmal was programmieren lassen oder ich bestelle mir eine Software, die installiere ich einmal und dann bin ich fertig. So ist es halt leider nicht bei Digitalisierung, sondern es ist nach und nach am Kunden sich orientieren, zu lernen, mit was kleinem anfangen, wo ich sage, ich kann Mehrwert stiften für den Kunden und von da aus weiterzulernen und das um zusätzliche Funktionen zu ergänzen. Und das ist ein Thema, das eigentlich nicht aufhört, sondern das der Beginn einer langen Reise ist, bei der ich sage, neben meinem physischen Produktangebot fange ich an, ein digitales Produktangebot aufzubauen und neue Dienste, digitale Dienste zu verkaufen mit dem Wissen, dass diese digitalen Dienste in der Zukunft den Unterschied machen werden und ohne diese digitalen Dienste wahrscheinlich am Ende des Tages auch die physischen Produkte nicht mehr verkaufbar sein werden. Das ist ganz spannend. Also mit dem Wort Kundenzentrierung läuft man bei mir natürlich ganz auf eine Tür ein, weil das so ein Schwerpunkt meiner Beratungstätigkeit im Marketing ist. Ich würde sagen, stell den Kunden einfach zentriert und das häufig ja auch verwechselt wird damit mit Kundenservice und mit Kundenorientierung. Aber Konzentrierung ist ja nochmal was ganz anderes, weil es ja auch die Philosophie eines Unternehmens einfach ändert und das Denken in, wie fertige ich Produkte, wie kommuniziere ich, wie funktioniert eigentlich die Kommunikation, aber funktioniert vor allem, wie richte ich mich aus, welche Produkte schaffe ich, welche Dienstleistung schaffe ich und letztlich doch auch, welches Geschäftsmodell ist eigentlich mein Geschäftsmodell der Zukunft. Und vielleicht auch wichtig, weil das begegnet mir immer wieder im Gespräch mit mittelständischen Unternehmern, Digitalisierung ist ja nicht der Ersatz von heute auf morgen, sondern es beginnt ja meist als so eine Ergänzung, die aber immer wichtiger wird und irgendwann tatsächlich, was Sie ja gerade sagten, das physische Produkt einfach in den Hintergrund rücken lässt. Ja, ganz genau. Und es ist auch wirklich, wenn wir beginnen, bei unseren Kunden die Geräte zu vernetzen und wenn zum ersten Mal sichtbar wird, wie so ein Gerät benutzt wird und ich die Daten sehen kann live und es geht ja wirklich, ich sehe ja wirklich in Echtzeit mehr oder weniger, was mit den Geräten passiert. Das ist teilweise ein sehr emotionaler Moment. Also da steht meistens eine Traube dann auch bei unseren Kunden um den Computer und kann es gar nicht fassen. Dass die jetzt wirklich sehen können, was da passiert und vor allem, dass man auch sehr, sehr schnell erkennt, Moment mal, da läuft doch irgendwas schief bei dem Gerät. Das wird ja völlig falsch benutzt zum Beispiel. Oder der Kunde bräuchte eigentlich ein viel größeres Gerät, weil der fährt es eigentlich immer an der Belastungsgrenze und eigentlich müsste man mit dem mal reden, weil dem könnte man irgendwie was ganz Tolles anderes anbieten. Da geht es ja eigentlich schon los. Also plötzlich habe ich ein Sichtfenster nach draußen, das ich vorher nicht hatte. Und das ist eben der Anfangsimpuls, der immer notwendig ist, zu sagen, ey, ich verbinde natürlich erst mal die Geräte und dann habe ich die ersten Erkenntnisse und dann muss ich aber natürlich dieser Umbau des Unternehmens dann um den Kunden rum, um diese Erkenntnisse rum, diese Prozesse dann auch zu gestalten, dass es auch angenommen wird. Das ist natürlich was, was ich nicht mit einer Software erschlagen kann, sondern das ist was, da geht es um, das geht auch nicht ohne Rückhalt von der Geschäftsführung, also solche Changes durchzuführen im Unternehmen. Deswegen ist so ein Digitalisierungsprojekt auch immer was, was jetzt nicht jemand machen kann, der, ja, wir haben es häufig schon erlebt, da wird dann, kommt ein Werkstudent, da sagt man, hier, kümmere dich mal um die Digitalisierung, mach da mal was. Es funktioniert aber nicht auf die Art und Weise. Also es muss von oben ganz klar vorgegeben werden, die Stoßrichtung, wir wollen digitalisieren, wir wollen die ersten Versuche machen mit digitalen Geschäftsmodellen. Und klar, auch da ist es, man baut etwas Neues auf und es wird auch nicht vom ersten Tag an Erträge bringen. Man muss erst mal vorinvestieren. Das ist auch so was, was wir häufig feststellen, ja, wir würden da schon was machen, aber es muss sich halt rechnen. Und wenn es sich nicht rechnet, dann müssen wir schon gar nicht, ob was machen wollen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zwei ganz wichtige Sachen, die würde ich jetzt nochmal wirklich explizit herausziehen, was Sie gerade gesagt haben. Digitalisierung ist Geschäftssache. Das ist nicht irgendwo auszugliedern, sondern das sollte Geschäftssache sein, beziehungsweise eine Stabsstelle, die direkt an die Unternehmensführung berichtet und das leitet, unabhängig von einer Linienfunktion zu irgendeiner Abteilung. Und das Zweite ist, das ist wirklich eine langfristige Geschichte. Ich glaube, man muss tatsächlich die Vision haben und sagen, da möchten wir mal hin. Das ist möglich, aber das wird eben auch ein paar Euro kosten über die nächsten Jahre und die Erträge kommen erst in Jahren. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass man da auch in Budgets anders denken muss, als man es vielleicht klassisch bei einer Budgetplanung tut. Ja, und vor allem ganz, ganz klein anfangen. Also öfters haben wir das Thema, da werden hunderte von Funktionen schon vorgeplant, die man dem Kunden geben könnte, ohne überhaupt mit dem Kunden mal gesprochen zu haben und auch überhaupt zu wissen, braucht er diese Dinge denn überhaupt? Und da wird es natürlich sehr teuer, die alle zu programmieren. Und am Ende stellt man fest, die werden alle überhaupt nicht benutzt. Der hätte eigentlich ein ganz anderes Feature gewollt. Also da wirklich sich einen Anwendungsfall suchen und sagen, den zu verifizieren, auch mit Kunden zu sprechen, die Medaillen zu beziehen, den umzusetzen und von da aus weiterzugehen, ist ein ganz wichtiges Thema, um auch nicht unnötig Kosten anzusammeln und zu sagen, hier, ich gebe jetzt hier gleich mal siebenstellig aus für meine erste App und stelle dann fest, wird vielleicht nicht verwendet. Oder ich will dann vielleicht auch gleich von den paar Kunden, die natürlich am Anfang drauf sind, weil auch da, also man wird nicht von einem Schlag, von einem Tag auf den nächsten Hunderttausende von Kunden da drauf haben. Also kommt natürlich immer ganz auf das Geschäftsumfeld an. Es gibt solche Szenarien, aber normalerweise sind auch die Kunden so, dass man sagt, man macht erst mal eine Testphase sowieso mit, sage ich mal, bekannten Kunden, wo man sagt, die zieht man ein bisschen näher, innerer Kreis mit dazu, die probieren das dann mal aus, sammelt da nochmal Feedback, so eine Art Feldtest auch und dann skaliert man das langsam. Also es ist nicht so, dass man das einmal umsetzt und dann sagt so, zack und jetzt rollt der Rubel, sondern das ist ein mehrjähriges Unterfangen, aber Unterfangen kann man nicht sagen, eine mehrjährige Reise, die man beginnt, die sich sicherlich rechnen wird, aber nicht von Tag eins an. Ja, also ganz wichtig, glaube ich, tatsächlich dieses Step-by-Step starten und nicht auf einmal, ich meine, Rom wurde auch nicht an einem Park gebaut, sagt man ja so schön, ich glaube, das gilt auch in der Digitalisierung und ganz wichtig ist eben auch, die Menschen mitzunehmen. Mit Menschen meine ich jetzt, sowohl die Kunden, ich brauche das, also ich stelle mir das gut vor, was Sie gerade sagten, wenn die Leute vor dem Bildschirm stehen und auf einmal merken, der Kunde macht mir mein Produkt ganz was anderes, als ich immer gedacht habe und natürlich auch die Mitarbeiter im Unternehmen. Ich glaube, das ist auch so eine Baustelle, die man nicht unterschätzen darf. Ich weiß es, wenn die Kansierungsprojekte laufen, wie zum Beispiel der Kundenservice soll durch Chats erweitert werden, dass dann häufig auch eine Angst entsteht bei den Mitarbeitern, ich werde hier weg digitalisiert. Aber es geht ja gar nicht darum, Mitarbeiter zu ersetzen, sondern ihnen die Freiräume zu geben für Dinge, die ja nun wirklich wichtig sind im Unternehmen, produktiv zu unternehmen. Und wenn ein Kunde irgendwelche Vertragsdaten haben will, dann kann das heute ja letztendlich automatisiert geliefert werden, bis zu einem gewissen Grad. Und der Mitarbeiter, der sonst mit ihm telefoniert hätte, ihm das am Telefon gesagt hätte, ist natürlich frei, letztendlich kreative und wirklich Dinge zu machen. Das heißt, Digitalisierungsprojekte heben das Potenzial, das ich als Unternehmen habe. Definitiv. Kann ich so nur bestätigen. Ja, vielen Dank. Wir nähern uns langsam schon unserer Zeit. Es geht aufs Ende zu. Eine Frage noch. Digitalisierung, das Know-how. Holt man sich es am besten extern, um erst mal abklären zu lassen? Wie gehen Sie das bei Ihnen an? Ja, es ist sehr schwierig. Also viele herstellende Unternehmen haben selten IT-Kompetenz im Haus in der Form, dass sie sagen, sie könnten diese Digitalisierung stemmen. Also es gibt zwar IT-Abteilungen, aber meistens ist die Aufgabe von einer IT-Abteilung, die Arbeitsgeräte am Laufen zu halten und vielleicht auch das System. Aber nicht Apps zu erstellen, die rausgehen oder digitale Prozesse oder Kundenprozesse aufzubauen, da endet es dann meistens schon von der Expertise. Und klar kann man sagen, man versucht sich intern eine Mannschaft aufzubauen, die das übernimmt. Die Schwierigkeit ist momentan, durch den Fachkräftemängel können sich viele Know-how-Träger ihren Arbeitsplatz aussuchen und die gehen selten als Erste ihrer Art in solche Unternehmen, wo sie sagen, außer ihnen ist da niemand da, mit dem sie eigentlich sprechen können. Und deswegen wird es in der heutigen Zeit wahrscheinlich nicht funktionieren und sie können es gar nicht ohne einen Partner angehen. Das heißt, sie brauchen einen Partner, es muss sehr, sehr hoch aufgehängt sein. Sie haben vorhin auch schon gesagt, es muss eigentlich so eine Art Stabstelle sein, die dieses Thema treibt. Und meistens muss es dann sowas wie einen Digitalisierungsbeauftragten geben, der aus Brückenkopf für den Partner da ist und diese ganzen Themen steuert und vor allem auch alle im Unternehmen zusammenbringt oder einen Tisch bringt. Denn das ist kein Thema, das ich in einer Abteilung alleine angehen kann, sondern müssen alle zusammenarbeiten. Und letztendlich ist es auch, also dieses Verbinden von Geräten und Kunden über Apps zum Beispiel ist die erste Phase, das muss man auch wissen. Also erstmal diese Infrastruktur schaffen und da drauf, sagen wir, kommen dann eigentlich noch zwei weitere Phasen obendrauf, die eigentlich auch notwendig sind. Nämlich, also neben dieser Connect-Phase, die Integrate-Phase, wo wir sagen, man bringt diese ganzen Datentöpfe, die im Unternehmen sind, mal alle zusammen. Ich habe ja im ERP-System Daten, ich habe jetzt Daten, die plötzlich aus dem Feld kommen von den Geräten, ich habe Daten, die von den Apps kommen. Das muss ja alles mal zusammengebracht werden, weil erst dann kann ich ja wirklich Potenzial heben aus diesen Daten. Und wenn ich das geschafft habe, diese Integrate-Phase, also wir haben Connect, Integrate, und dann kommt eigentlich erst diese Automate-Phase, wo ich sage, ich kann jetzt wirklich anfangen, Dinge zu automatisieren. Prozesse, die vorher manuell waren, kann ich plötzlich automatisch machen. Also man kann sich das ganz gut merken, C-I-A, Connect, Integrate, Automate, CIA, also hat nichts mit CIA zu tun, aber so kann man sich das vielleicht aus Eselsbrücke merken. Das sind eigentlich die wichtigen Phasen, die nicht alle am Stück stattfinden müssen. Da ist meistens, es vergeht ja auch ein Jahr zwischen den Phasen, weil man erst mal die vorherige Phase einarbeiten muss ins Unternehmen. Aber am Ende des Tages geht es um all diese Phasen, diese Phasen zu durchlaufen bei einer Digitalisierung. Ja, also Digitalisierung bedeutet natürlich Technologie, aber in allererster Linie auch Prozessmanagement, Konzeptionen zu erstellen, wie in Zukunft letztendlich ein Unternehmen funktioniert, weil wir feststellen müssen, wie der Kunde in Zukunft funktioniert oder der Mensch, welchen Beitrag können wir als Unternehmen letztendlich zur positiven Gestaltung des Lebens der Menschen beitragen. An dieser Stelle, Herr Bieler, vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass jetzt ganz viele Impulse da geliefert wurden. Ich weiß aber auch, dass da draußen jetzt ganz, ganz viele Fragezeichen entstanden sind. Im Falle, dass Fragen sind, darf ich doch gerne an Sie verweisen. Sehr gerne. Kontaktdaten, Ihre Kontaktdaten, Kontaktdaten, die Kollegen werden mir in die Show Notes tun. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke, für die spannenden Einblicke und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge von Mittelstand hautnah. Vielen Dank, Herr Lahn. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand hautnah. Vielen Dank.